Wo leben die anderen? Da ist der Lüttel jetzt bei, ne? Irgendwo bei ihnen da. Der wird heiß geliebt, immer wieder. Jetzt schrieb noch wieder Stube an, ne? Könnten Sie mir noch mal sagen, wo ich die herkriege? Und die quietschen alle, hey? Ja. Nichts was nicht quietscht für die Hunde. Doch, wir haben genug, was nicht quietscht. Ja. Aber ein bisschen was muss auch. Ja. Guck, 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 guck. Au! Ne, da passiert nichts. Jetzt hätte es kein Schnauzer werden dürfen. Das waren jetzt auch, zwei Beine waren zu viel, gell? Da ist Rüschung gesprungen. Ja, ja, ja. Na, und jetzt juckt's. Ich glaub, sie ist vorhin hier auch so Pirouettensprung hier, gell? Diesen roten, den wir so hässlich finden, diesen langen Dackel, den können Sie auch mal vorziehen. Ja, ja. Den lieben die auch. Wir finden den ja sowas von pot hässlich. Ich weiß nicht. Ich glaub, hundertmal hab ich den wohl schon in der Waschmaschine gehabt. Aber die lieben sie immer wieder. Das ist das Erste, was sie nimmer nehmen, ne? Das hat ja auch so lange, lange Beine, ne? Das ist aber auch. Ja, ist nicht. Aber die lieben den. Ja, ne? Springt. Und er liegt ja hier. Am meisten mit dem Stupsi. Die nimmst du, ne? Ja. Die. 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 Bleib. Die. 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 Die liegt aber lauer. Hört sie nicht auf dich? Nein, warum auch? Bestimmt schon, gell? Du musst aufpassen, ich war auch genauso groß wie du. Er fühlt sich schon richtig schwohl im Schoß hier. Und du, was hast du dazu, Taika? Taika sagt, ich geh. Das ist aber nicht die Mama. Und die Cousine habe ich auch schon gekriegt. Ich auch, sag ich auch. Und sie ist so verschmust hier. Du guckst alles aus der Ferne an. Du willst mit dem alles nichts zu tun haben. Du guckst alles aus. Du guckst alles aus. Du guckst alles aus.